adi hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde let's play der showdown mit und von eurem darst der verzockt ich wünsche euch auf jeden fall wieder viel spaß mit dieser folge und gehen auch recht einmal los und fahren wir auch nicht aus dem schrotz ich hoffe die ausleuchtung die ich jetzt benutzt ist besser als die davor ich habe das gefühl dass die besser ist so von vorne mit der lampe so da bin ich auf jeden fall glaube ich besser zu sehen was das angeht ich hoffe du bist und ab geht's wow der ist gerade richtig geil geflogen mein gott also das gibt die höchsten flugnoten die es gibt hier sauber scheiß ey ho ho alter schöne hier geht die post ab ich muss halt sehr lang ach so ist jetzt reichspurig stimmt das gab es ja reichspurig verkehr hier kommt sich ab junge ich bin hier die rampensau ich habe den ersten platz verdient nicht ihr jetzt lasst mich durch hier gerade ich wollte ja gerade rüber geflogen über ihn er wird auch mal fahren über andere autos wo sie fliegt bei entsprungen das ist nicht geil upsala jetzt hätte ich mich fast selbst ausgehebelt das kommt davon wenn man nicht aufpasst dann kann selber schief gehen wir haben einen neuen spitzenreiter na logisch wenn dann ist da steffen zockt erster hier es gibt nämlich so ein war den ersten platz und das ist da steffen zockt kein anderer hier das sage ich euch da geht nicht auch richtig die post ab das sage ich euch ich liebe das spiel einfach habe ich das nicht so gemocht ob damit wow mitbekommen aber es inzwischen macht das spiel richtig fun ey was das richtig fand dass sie spielen aber da richtig schön quälchen kann so fangen kann wie man möchte keine regeln hat das macht schon fun irgendwie wenn man da gegen null regeln halten muss ein schön scheiße bauen kann so eine coole sache mir gefällt das wo sind sie denn hallo ach da die kommen wohl nicht hinterher die guten habe ich ein sehr schnelles auto tja das kommt davon wenn man gegen ein getuntes auto fährt was aufgemotzt ist ja das auto ist getunt also das hat ein paar ps mehr als die andere glaube ich aber die haben trotzdem sehr gut mit die gegner das muss man sagen was mein auto stärker ist halten die gegner sehr gut mit ich habe auch gut so bleibt halt spannend und es wird nicht langweilig weil das war ich nämlich auch nicht wenn es dann langweilig wird ich möchte auch gern das spannend bleibt während eines der ganze zeit nur als erster fährt und die gegner sonst wie weit weg sind ist es langweilig aber wir halten so einigermaßen mit auch wieder abstand großer wird inzwischen aber egal ich behaupte meinen ersten platz hier das ist jetzt das erste rennen im neuen jahr mit dem spiel das display da muss ich mich doch anstrengend erster zu werden das ist vielleicht gut ansteckt im neuen jahr vielleicht mit dem sieg dann ist es doch perfekt so wunderbar da habe ich meinen ersten platz läuft doch mit vier minuten zwölf sekunden besser kann es auch an schlaufen so gut das war es weiß off so kommt unter zwei sehen wie ich mich da schlag unter zwei und zwei jetzt werde ich jetzt so eingenebelt da sehe ich aber auch nichts mehr und ich lege mein auto fast schon auf die seite dann natürlich auch sehr saubere farbkunst von mir alter macht er denn da der links wieder oder was wir haben fast in die seite gekracht die jungen da war es auch es war so einfach definitiv so einfach hier haben wir noch ein bisschen auf hier weg mit dem fässern weg mit dem dreck weg mit dem scheiß so die habe ich auch gleich außer man verkackt die kurve die trifft dann natürlich nicht na da macht aber hier ganz schön mal buhle hier vorne der meint wohl der kann vor mir bleiben aber den dring ich gleich vor der straße den räume ich weg oder auch nicht da konnte ich den sauber überholen wuhuuu jawoll aufgeräumt der wird fluchen der hat das gute position verloren der war erster dann zweiter und jetzt ist er wahrscheinlich fünfter sechster er wird jetzt abkotzen ich glaube wenn er könnte wird er mich jetzt auch in der straße rammen in der strecke ich glaube das sollte er machen der wird stink waa au 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 der wird stinkt auch auf mich sein der kerl au das geht denn hier ab nur noch gerammelt gekuschelt oder was das wird definitiv sehr spannend ein sehr spannendes rennen und Oh man ey, auf jeden Fall wieder einen Scheiß zusammen, also das geht aber gar nicht. Wo sind die Gegner noch? Da. Die bleiben an mir dran, also die lassen sich jetzt nicht so leicht abschütteln. Ich glaube die meins ernst, richtig ernst. Ich glaube die gönnen mir den ersten Platz nicht. Aber da haben wir keine Chance, weil da ist das Ziel. Und ich bin erster. So einfach geht das und schon hat man den ersten Platz abgestaubt. Und die wurde natürlich auch mit 20 Punkten sauber. Boah, was kommt jetzt, ne? Angeber Puse. Ah ja, verstehe. Toch, darauf doch, äh, Reife-Tabler angerollt. Alles klar. Hat, dass jetzt keiner meiner Freunde da hat. Ich hätte mich gerne mit anderen Leuten gemessen. Weil das macht meistens Spaß, sich mit anderen Leuten zu messen. Ui. Ich bin ja richtig reich. Und ein neues geiles Auto auch noch. Schön jetzt Sache. Hallo, Crashpilot. Du bist ein wahrhafter Superstar, mein Freund. Du bist jetzt ein Champion. Wo sollen wir loslegen? Aha, schön. Aber das mache ich in der nächsten Folge erst. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch natürlich jetzt wieder viel Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder zur nächsten Folge Nerd Showdown mit und von eurem Tag, Stefan Zockt. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und dann, danke, schau mit V. Bleibt mir treu gewogen und gesund. Euer Star Stefan Zockt. Verabschiedet sich. Bis die Tage. Und möge die Macht und das weißer Blut natürlich wie immer mit euch sein. Ciao, ciao, ciao. Ciao.